Was nützt es denn, Vorbereitungen für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemanden mehr zu bekämpfen gibt? Was haben die bloß genau ausgehängt? Ist mein Rätsel, aber es handelt sich um die habgierige Brane. Vielleicht fehlt hier noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Wo geht die Expedition denn diesmal hin? Mir wäre weit und breit kein Land bekannt, das für uns eine Bedrohung darstellen könnte. Aber was zerbreche ich mir hier den Kopf, Königin Brane wird schon wissen, was sie tut. Und unsere Aufgabe ist es, ihre Befehle auszuführen. Genug jetzt damit, komm mit. Ein paar Lindblum-Soldaten haben sich im Gästezimmer verschanzt. Was um alles in der Welt hat Brane nur vor? Zidane, müssen wir wirklich zum äußeren Kontinent? Was hast du denn auf einmal? Vorhin warst du doch noch ganz versessen darauf. Aber wenn euch etwas zu diesem fremden Kontinent zustoßen sollte, dann bin ich alleine zu schwach, um euch zu retten. Du sorgst dich also um mich? Äh, naja, so kann man das nicht sagen. Es ist nur so, wenn die Prinzessin ihren Leibwächter verliert, ist sie in einer Bredouille. Ja, genau, in einer Bredouille. Hey, wie sagt man dann Prinzessin? Ich bin eures Dankes nicht wert, oder? Nein, im Ernst, danke. Keine Sorge, ich pass schon auf mich auf. Und wie steht es mit dir, Lilly? Schließlich wissen wir nicht, was uns da erwartet. Ich bin bereit. Ich kann nicht zulassen, dass Mutter sich noch mehr zu schulden kommen lässt. Gut, dann bleibt immer schön bei mir. Und du, Vivi, ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. In Ordnung. Ah, sie da, Lilly, gut, dass ihr kommt. Vivi, wo sind Onkel Sid und die anderen? Naja, also er sagt, er komme gleich wieder und seitdem ist er weg. Was treibt der los wieder? Hurra, ich habe es geschafft. Zirrp! Ich habe zwischen dem Wassertrachentor und hier die Lorischta sabotiert. Zirrp! Das konnte ich nicht mehr ertragen, dass die in meinem Schloss einfach machen, was sie wollen. Verzirrp! Nochmal! Los, die Wehmein ist günstig. Zirrp! Aber passt bitte auf! In dieser labyrinthartigen alten Mine kann er sich leicht verlaufen. Zirrp! Ach ja, noch was. Nimm das hier mit. Zirrp! Was ist das für ein alter Stoffhetzen? Ein unverschämtes Mundwerk. Wie und je. Das ist nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff. Zirrp! Das ist der Staatsschatz Lindblums. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind. Zirrp! Ach so, also doch mehr als nur ein Stoffhetzen. Weltkarte erhalten. Zirrp! Nun dann bloß, wenn wir hier noch länger plaudern, kommen sie uns noch auf die Schliche. Zidane, Mimi! Zirrp! Dass ihr mich ja um die Prinzessin kümmert. Zirrp! Ja! Onkel! Du brauchst keine Angst um mich zu haben. Eine Juckzieppe kriegt man so schnell mich unter. Zirrp! Nimm auch schnell! Zirrp! Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten die mich zu Jucköl. Zirrp! Lass uns gehen, Lilly! Active Time Wind! Verzirk! Nochmal! Also sowas! Der Herzog, eine ekelige Juckzirpe und seine ergebenden hirnlose Witzfiguren. Was kann am Verladen von Vorräten bitte schön so lange dauern? Na nun? Jetzt weil, da habe ich vielleicht etwas von Pause gesagt? Dass euch die Feigheit dieser Kerle in den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber... In Kürtel beginnen wir ja unsere nächste Operation. Diese Maschine gab plötzlich ihren Geist auf und die Lore steht seitdem still. Stimmt doch, oder? Ja, sie machte erst irgendwie Zirrp-Zirrp und dann war Schluss. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Einkauf erledigen, bevor es los geht. Irgendeine Nachricht vom Wachposten? Nein, nichts! Ist dafür vielleicht Herzog Sidd verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns. Hier muss ja lang sein! Ihr da kommt auch mit! Findet mir den Großherzog! Zu Befehle! So, wo sind wir denn hier jetzt angelangt? Monte! Haben wir was im Mognit? Stich zu diensten, Kubo! Bisher empfangende Briefe lesen! Erstmal wo unterstellen will ich einen Brief lesen, Kubo? Von Stilskin an Monte! Von Lindblum aus bin ich erstmal nach Norden und durchquerte Kiesa malukes Kotte unterhalb des Nebels. Zum ersten Mal setze ich also Fusen ins Königreich Bormesia. Und es stimmt das Allsagen, jetzt regnet hier ununterbrochen. Als erstes suche ich mir irgendwo einen Unterschlupf. Ich hätte so gerne einen Brief! So, nix Brief, speichern erstmal. Ich speichere Kubo! So, jetzt steckt das 1. Und Datei 1. Trotzdem nur schreiben. Freilich! So, fertig! Nichts mehr! So, da bist du! Aha, ihr wollt also zu der alten Bergmine! Da geht ihr einfach nur straks nach Norden, ist ganz in der Nähe von diesem achterförmigen Morast. Aber da würde ich ja nicht so ohne weiteres hineingehen, ohne sich bei mir gut ausgerüstet zu haben. Dann gucken wir mal, was er hat. Genau! Das ist ein Multimal-Ratinen-Stirnband-Marki-Hoot-Metrie-Panzer-Platten-Panzer-Metrie-Weste. Ah! Adamann-Weste? Okay! Adamann-Weste! Ist die gut? Ach, ich kaufe ja nochmal zwei! Potion-Phoenix-Weller-Echo-Kraut! Zelt! Nö! Der Rest passt eigentlich soweit! Anlegen! Sedan würde ich sagen mal wieder optimal! Adamann-Weste! Sehr schön! Ähm, bei Vigil müssen wir auch übrigens noch anlegen! Optimal! Oh, da wurde einiges geändert! Seidengleit-Gold-Schale! Und Lilly! Auch nochmal optimal! Ach! Was ist soweit? Okay! Alles klar! Oh, da ist noch was! Sternenband erhalten! Schick, schick, schick! War noch was versteckt? Ach, ich speichere nochmal! Komm, da haben wir's! Da haben wir's aktuell! So, in der Teil 1! Jawohl! 16.700 Jill! Heieieiei! Nichts! Okay! Dann können wir, glaube ich, erstmal weitergehen! So, nach Norden! Dann müssen wir da hoch! Wie hab... Ne! Ach, hier! So konnte ich... Ne! Nichts! Hau ab! Ich wollte eigentlich... Hier rufe ich nochmal Choco! Verdammt! Ich weiß nicht mehr, wie man Choco ruft! Oh, meine Karte! So, ähm... Hier ist doch ein Chocobo! Ah! Noch Chocobo-Füße! Uiuiui! Die Waffe vom Sedan sieht jetzt aber echt gefährlich aus! Detonator! Vivi! Angriff! Schwarzmagie! Feura! Da! Oh, hier kommt jetzt Feura! Interessant! Sedan! Guckt auch an! Boah! Schon fettig einer! Barbotkäfer! Lanzette! Zack! 714! Krass! Gute Waffen! Gute Waffen! Gute Waffen! Boah! Der Detonator ist heftig! So! Ja, paar Angriffe meine ich... Können ja eigentlich nicht schaden! So! Hinter dem Morast... Was aussieht wie 8... Kann das? Müsste doch hier Richtung Norden sein, ne? Theoretisch... Mal gucken was jetzt wieder auf uns trifft! Oje, was bist du denn? Was? Okay... Fettpresse! Feura! Pow! Ja, geht schnell! Vivi hat es jetzt einfach drauf! Was will man sagen da schon? So... Ich weiß leider nicht mehr wie ich Chocobo rufen konnte... Tut mir sorry... Das hier ist Gisamo Lukas Grotte, ne? Ne... Ach! Zwei von diesen Barbutt Käfern... So... Kann sie dann als erster dran sein... Pow! So, die macht jetzt immerhin auch mehr Schaden... Mit ihrem riesen... Baseball Trainer da... Level up! Das ist schon mal schick... Ach! Oh! Zwei sicher Kriegerinnen... Lillie... Lillie... Hussard... Greift an... Zidane greift mal den anderen an... Lillie auch den... Na gut, sind schon... Alle kaputt... So... Jill, Jill, Jill... Genau auf 18.000 sind wir gekommen... Weltklasse... Ähm... Verdammt! Verdammt! Na toll, wie rufe ich ihn dann? Nein! Nichts! Aber warum ich dich rufe eigentlich? Ach... Ich weiß es nicht mehr, Leute... Ich weiß es nicht mehr, wie ich Choco berufen konnte... Verdammt! So vergesse ich das nur immer wieder... Oh! Zwei solcher kleinen Drachen... Naja, auch die kriegen wir kaputt geklopft... Musu fushu! Patsch! Bitte, machen wir einen normalen Angriff wie wir... Ja, normale Angriffe sind von denen nicht so die Stärken halt... Ah, das war ja klar... Das war ja klar... Na ja... Gut, wenn wir den Angriffen nicht ausweichen können erstmal, weil ich nicht mehr weiß, wie man Chocobo ruft... Dann sei es halt drum... Dann machen wir halt mal ein paar Angriffe zwischendurch... Kommt uns ja eigentlich auch zugute... Mal so sehen... Zurück gleich drei solcher Viecher... Angriff machen wir den linken... Zidane zu den rechten... Wenn der Vivi fertig ist, greift sie die goldene Mitte an... Schwarz Magie... Ah, sehse... Bleibt bloß noch einer übrig... Und dann ist auch vorher der Barbuttkäfer... Pow! Jawohl... Oh, 579 Jill... Das war gar nicht mal so übel... Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ach... Ach... Moine Güte... Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Moine Güte... Ja... Schwarz Magie... Patsch... Fresse... Oh, Out of Potion, Level Up. Und nochmal 374 Jill und eine Phönix-Feder. Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Kleyra? Müssen wir nach Kleyra? Bomeser, Gizamalukes Grotte, Gizamalukes Grotte. Moraz der Kuhs. Hinter dem Achtkant, Moraz. Lindblum, Zinnengebirge, Erddrachentor Lindblums, Chocobuswald, Südentor, Südentor, Höhle des Ewigen Eises, Dali, Höhle des Ewigen Eises, Verwunschner Wald. Ja, wir müssen doch hier hin. Da, wo wahrscheinlich vorher Kleyra war. Wir hätten auch durch Gizamalukes Grotte gekonnt, eigentlich. Chocobus steuern. Ah, hier steht es nochmal. Oh, Chocobus sagt, Erfüllung. Absteigen, Karte auf den Karten. Und wie ruf ich ihn? Menü aufrufen? Ja, toll. Grundsteuerung. Gebäude, Mockri rufen, Karte aufrufen. Toll. Da stand aber auch nichts mehr. Wie ich jetzt Chocobu rufe, verdammt. Ich hab's echt vergessen. Vielleicht hab ich auch nichts mehr zum Rufen, kann auch sein. Nochmal so ein komischer Drache. Miegepumzu. Zack. Boah, ist doch wieder. So, nochmal ein paar Chill. So, gehen wir mal hier hinten noch. Ah, verdammt, hier kommen wir nicht rum, ne? Verdammt, wir müssen durch Gizamalukes Grotte. Ach. Naja. Waren wir knapp dran. Ich dachte immer, man kann da rumgehen, aber muss ich mir merken, dass das nicht geht. So. Diese zwei so Hass-Hussade. Wir machen mal den linken an. Rechter. Noch hat schon gereicht. Bisschen ja schwach auf der Brust. So, aber immerhin sammeln wir ja so derzeit einiges an Jill. Das können wir ja auch gebrauchen. Ich wollte auch nochmal in diese Stadt. Wie hieß sie denn? War das Dali? Klärer war es nicht. Wo diese Auktionshaus und so war. Da wollte ich nochmal was ersteigern. Eigentlich. Ich weiß hier gerade auch nicht mehr, wie die Stadt hieß. Weil es schon so lange her ist, dass ich das gespielt habe. Wobei Bibi gar nicht mehr noch so kommen wird. So. Was? Blitzen? Hat er gerade Blitzen erlernt? Donnerblitzen. Und Co. Die Karte muss ich mal schwingen. Ich sehe kaum was hier. Blöde Perspektive. Schau wie das sind. Musu Fuzhou.